Herzlich Willkommen auf Gucknechts Terrarien Testkanal. In meinem großen Cornflakes Test habe ich tatsächlich die Cornflakes von DM und Rossmann vergessen, da ich mir nicht bewusst war, dass es bei DM und Rossmann, also im Drogeriemarkt auch Cornflakes gibt, aber tatsächlich Bio-Cornflakes. DM hat sogar gleich zwei Sorten, einmal eine ungesüßte und eine gesüßte Variante und hier, Rossmann hat nur eine einzelne Sorte und wie sich die im großen Vergleich schlagen werden, erfahrt ihr in diesem Video. Zunächst einmal die ungesüßten Cornflakes, die ungesüßten, sind das die ungesüßten? Ja, die ungesüßten Cornflakes sind insgesamt gar nicht so schlecht, das sind wirklich die einzigen, die wirklich Relevanz haben in dem Test, diese belegen bei mir quasi bei den ungesüßten den zweiten Platz. Oft hat man bei den ungesüßten so einen erdigen Nachgeschmack und der ist hier nicht so stark zumindest, nur ganz leicht, aber im direkten Vergleich zu den Alnatura Cornflakes, muss man sagen, schmecken die schon etwas mehliger und man kaut auch ein bisschen länger darauf rum, also im direkten Vergleich zu den Alnatura Cornflakes nicht gut, aber so im Vergleich zu allen anderen ist das schon, wenn man eine ungesüßte Variante hatte und keinen Alnatura macht in der Nähe, kann man auch zu DM gehen und die ungesüßten kaufen, wenn man denn ungesüßte Cornflakes haben möchte. Zu erwähnen ist auch noch, dass die DM Cornflakes beide Sojalecithin mit verarbeitet haben, Bio Sojalecithin, das ist gesundheitlich unbedenklich, ist aber in den ganzen anderen Cornflakes nicht mit drin, das macht die Herstellung ein bisschen einfacher, ist auch bekannt als E322, also ist aber Bio Sojalecithin, steht da extra auf der Packung drauf, also sollte unbedenklich sein, ist Bio, ich finde es trotzdem merkwürdig, weil die anderen Cornflakes haben das halt nicht drin, aber so ist das halt. Ja, zu den normalen Cornflakes, da haben wir einmal von Rossmann und von DM die Varianten, so 200g bei Rossmann versus 300g bei DM. Grundsätzlich erstmal, die Rossmann Cornflakes schmecken einfach ziemlich neutral nach nichts. Die haben zwar am Maisgeschmack, das schmeckt nicht schlecht, aber das ist halt erstmal grundsätzlich bei den glutenfreien, die sind alle glutenfrei, mit dem glutenfrei ist niemals mit bei, also hat man nur Salz und Zucker. Und Rossmann hat weder viel Salz, aber dafür halt relativ viel Zucker und schmecken nicht super süß. Geröstet sind sie auch so mittelmäßig, was aber auffällt bei den Cornflakes, was wirklich negativ ist, die haben so viele kleine, doppelt, dreifach geröstete Teile drin, die sind richtig hart, die werden in der Milch nicht weich, selbst wenn man die 10 Minuten in der Milch lässt und alles andere flüssig ist, hat man immer noch diese harten Stellen, aber sie sind wirklich nicht gut zu essen und deswegen ist eigentlich der Sieger schon klar, DM hat die besseren Cornflakes, aber auch bei den DM-Conflakes muss man sagen, da ist viel mehr Salz drin, über 2 Gramm Salz auf 100 Gramm, das ist schon eine Menge und das schmeckt man auch, sie sind sehr dünn, aber dafür gut geröstet. Im Gesamtergebnis sind die aber halt nur wirklich Mittelmaß, also ich habe sie dann nochmal direkt verglichen mit meinem glutenfreien Testsieger und da liegen wirklich noch Welten zwischen, also die Baukauf Cornflakes waren das, ja die schmecken einfach um einiges besser, aber wer jetzt nun mal nur DM und Rossmann in der Nähe hat, sollte für Cornflakes dann zu DM gehen, aber insgesamt bei glutenfreien Cornflakes dann doch lieber das glutenfreie Video nochmal angucken, welche ich da empfehlen kann und das war es dann auch schon. Ich blende jetzt nochmal ein Bild ein, da seht ihr nochmal die Cornflakes, wie sie aussehen im Vergleich, das ist auch vielleicht ganz interessant und ja das große Cornflakes Drogeriemarkt Battle zwischen DM und Rossmann entscheidet DM für sich, einfach weil sie 2 zu 1 führen und ja ich weiß nicht wie sie das, wie sie die Konsistenz so versemmeln können, dass da wirklich so viele harte Stellen drin sind, das war ein leichtes Spiel für DM, aber insgesamt halt wirklich nicht, nicht sehr relevant. Die Preise könnte ich noch erwähnen, da ist zu sagen, die liegen ziemlich nah beieinander, sind aber insgesamt im unteren Bio-Preis Niveau, das sind dann 4,83 für die von DM, ist auch egal ob die gesüßten oder ungesüßten, die kosten gleich viel und das sind 4,95 pro Kilo von Rossmann, ist auch eine kleinere Verpackung, kostet dann halt ein paar Cent mehr pro Kilogramm, aber dafür hat man eine kleinere Verpackung, also ja nur, nur zum probieren ist das vielleicht okay, aber empfehlen würde ich sie nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaut euch auch meine anderen Videos an, schickt die Videos euren Freunden, euren Eltern, euren Familien, euren Verwandten. Vielen Dank und guten Appetit!